Willkommen auf meinem Spielplatz der Scar99 ist am Start .注-arch ...weiss ich nicht ... start ich hab es heute mit Pottfindungen description vår erneut start backbar ich weiß nicht ich hab eine Lust ich hab bisher schon nichts hochgeladen heute . Das gestern von heute, also wenn ich es hochgeladen habe Egal Ich nehm es gerade am 15. auf, am 14. hatte ich diese Scheiße, dass ich nichts hochgeladen habe Und am 15. habe ich auch nichts hochgeladen, so Danke, kacke Kampagne Festplatte, ja, morgen, am 16. hatte ich dann was hoch Shattered Red Mountain Shatter Me, ist auch ein schönes Lied Ich hoffe echt instant nicht, dass das Spiel bald vorbei ist Ich habe zwei neue Spiele, die ich jetzt eigentlich letztes Playen will Und, ähm, zwei neue Spiele, die ich jetzt playen will Und, ähm Ja, es war jetzt halt noch drauf Und es ist ein gruseliges Spiel dabei Ja, zur Zeit sind wir noch zwei gruselige Spiele rausgekommen Also könnt ihr mal raten, welches der beiden gruselige Spiele ich mir ausgesucht habe Ähm Und ich habe einen neuen Controller Der ist jetzt, na gut, ihr könnt es gerade nicht sehen Äh, oh Hey, oh Mann, das muss echt fitter sein Ihr kommt von so weit her und dann erledigen die Russen euren Job Ehh, sind hier ausgesucht? Hehehe, business as usual dropping zum family Wir auf die Nacht zu dalle Sagen wir, in der ... ... Gehen wir. Was ist los, Captain? Wir haben Hinweise auf Ihren Aufenthaltsorten. Die haben unsere Männer auf dem gewissen Gentleman. 5.30 Uhr. Machen wir Schluss. Die Russen erledigen das Blödsinn. Business as usual, man. Ruhi, mori. Die Welt ist diese Krise vorbei, aber wir alle wissen, dass wir noch nicht fertig sind. Wir haben eine Spur zu den übrig gebliebenen Anführern von Ravens Rock. Sie sind in einem Lager auf dem Land, aber nicht für lange Zeit. Scheinbar ein letztes Treffen, bevor sie auseinander gehen. Machen Sie keine Fehler. Verlieren wir sie jetzt, sind sie für immer weg. Und ich wette, die haben einen Plan B. Sie haben das Ganze angefangen und unsere Männer mit einer Bombe getötet. Dafür bedienen wir es jetzt nach unseren Bedingungen. Diese Sache hier ist absolut inoffiziell. Infiltrieren Sie das Lager. Schalten Sie die Ziele aus und keine Spuren. Ach, das hat schon wieder so eine Schleichmission an. Ja, ist klar. Okay. Oh ja, automatisch ist es. Ich soll ja keine Lärm machen, also lieber keine davon. Na, machen wir es mal so. Mission starten. Habe ich die Scheiße, Junge. Das hat ja keinen Sinn. Ich habe einen neuen Controller, das wollte ich glaube ich sagen. in Chrom-Gold. Das sieht so scheißen edel aus, Alter. Ich habe Angst damit zu spielen, weil es ja schmutzig werden könnte. Auf dem Chrom siehst du halt jeden Fingerabdruck. Und das ist einfach doof. Okay. Ich hoffe inschnecht, dass das echt dann das letzte Level sein wird. Aber ich vermute es mal, weil sonst dauert das Spiel schon echt ewig. Was ja an sich eigentlich nicht schlecht ist. Also malerweise so ein Shooter 20 bis 30 Folgen halt. Aber hier sind wir ja schon bei knapp 40 Folgen. 7 Uhr 25 Europa, Russland, Oblast, Ah, Tschem, Kelski. Irgendwo anders nicht hier. Na, selten, sauber sieht das auch so auf jeden Fall aus. Aufwand, Junge! So wird nicht geraucht. Jetzt nicht gefährlich sind, ne? Unter von der Straße. Wir packen ihn. Buddy, weg damit. So wird dicke Steine gefahren. Mehr passiert nicht. Weit umzuschalten, Leute. Wir haben jedenfalls keine amerikanischen Dinger auf dem Rücken. Wir haben jedenfalls keine amerikanischen Dinger auf dem Rücken. Alle bereit. An die Arbeit. Overlord, Hunter ist vor. Verstanden, Hunter. Wir aktualisieren die Namen und Bilder der Ziele. Das sind die Köpfe der Hydra. Schlagt sie ab. Verstanden. Oh, wie metaphorisch. Wie viel Zeit haben wir, bis Sie schlafen? Sie reisen nicht zusammen, aber viel Zeit ist nicht. Beheilen Sie sich. Woher habe ich die ganzen... Und, woher hatte die Information? Kontakt. Zwei Gegner mit Sturmgewehr. Sie sind rechts. Rechts. Ich sehe niemanden. Hier, mal, ist der Werder, hat das rausgefunden. Hat er super Kräfte? Leichtes Feindfahrzeug. 12 Uhr. Wacht auf dein Signal. Markiere 2. Bin dabei. Feuer, Feuer. Nicht lange schnacken hier. Nein, mein Gesicht kann man noch sehen. Wie unnötig. Kata meint, wieder rumspinnen zu müssen. Oh, hier können wir nicht weiter. Der Checkpoint ist im Weg. Schaltet ihn aus. Das ist nur ein Mann, Schalter. Kommen wir nicht weiter, Leute. Ey, wir können hier nicht mal umdrehen. Oh Gott, ich habe kein gutes Zuhören. Wir dabei. In Bewegung. Guck mal, das müssen wir sich lohnen. Haha, sich lohnen. Ach, scheiße. Zwei Gegner kommen dazu. Direkt voraus. Bereit zum Schuss. Bin bereit. Wir haben hier noch mehr. Sniper. Oben auf dem Dach. Wir haben hier noch mehr. Einer mit Seite im Mg. Ich gucke noch mal ein bisschen. Nicht, dass wir jetzt hier auszusehen 1 zu 4 haben. Kontakt. Feindlicher Sniper. Oben auf dem Balkon. Auf dein Signal. Schuss ist bereit. Wer, was, wann, wo, wer, warum? Es ist kein Swing. Ja, jetzt ballert ruhig mit diesen dicken Waffen. Okay, vorwärts. Also auch, ja, jeder hört alles. Dumm Schweine. Es sieht so unnötig aus, dass man die Köpfe noch sehen kann. Overlord, wir sind da. Verstanden, Hunter. Wir haben Ihre Kommunikation geknackt. Wir klinken Sie in den Funkverkehr ein. Vielleicht hilft's. Du bist dran, Kausek. Sag Bescheid, wenn es was Wichtiges gibt. Klar. Diese Operation hat niemals stattgefunden. Wir brechen den Kontakt ab. Sie sind allein. Finden Sie Ihre Ziele und wir treffen uns am Sammelpunkt. Verstanden, Overlord. Wir tauchen ab. Hunter out. Wir sind zwei Ziele. Markier uns hier frei. Fallkontakt geradeaus. Dreimal. Feuer frei. Das ist einfach. Tano. Wir haben da was zu erkunden. Ich sehe zwei. Da was zu erkunden. Wir gehen erstmal hier lang, würde ich sagen. Wir können hier den schönen, wunderbaren Weg oder den bösen, tödlichen Weg. Ja, ihr seht alles. Ihr seid die Besten. Ich schau jetzt nicht auf 9 Uhr. Ich schau jetzt RTL. Lust hier, weil ich das nie sagen würde. Okay. Hier ist noch eine leichte MG. Genau vor uns. Zweites Ziel. Bin dabei. Ich habe hier Junker. Melde Zielsammel. Ausgeschaltet. Frauen lassen wir, lassen wir Frauen am Leben? Eröffne Feuer. Auf 3 Uhr. Habeis. Unternehm. Reich gesäubert, alles klar. Okay. Tarnung aktiviert. Eins von sieben haben wir erledigt. Der Letzte wird irgendwelche Probleme bereiten. Das kann jetzt nicht so einfach weitergehen. Ich habe einfach nur draufgeballert und habe auch so den richtigen erwischt, Alter. Kann ja wohl irgendwie nicht sein. Das wird noch richtige Probleme geben. Oh, dieser Texturenpack. Guckt euch das mal an. Hameer. Kontakt. Da haben wir einen. Klingt wahr. Heiß um zwei. Die haben sich halt nichts blöd bekommen von dem ganzen Krawall. Was denn? Kontakt feindlicher Schütze. Ich habe Grigoriev identifiziert. Ich habe hier noch vier Gegner. Bereit auf dein Signal. Ich sehe zwei, beide mit leichtem... Melde Ziel Crow. Ausgeschaltet. Vorsicht. Und wo? Er ist daun. Er ist daun. Er muss nachladen. Er muss nachladen. Kommt schon näher. Weißt du, wir kommen vor was? Zurück in Deckung. Ich bin in Deckung. Ich muss nachladen. Aufschlag fuhr. Ziel erledigt. Vorsicht. Ich werde attackiert. Kontakt von vorne. Ich habe hier auf den Schein einfach, weil man sowieso alles hier mit lauten Krawallen Dremi-Demmi machen kann. LOL! Kann man eine fucking Rolle machen? In Bewegung, Setz auf! Aufschlag fuhr. Ich nackle die Fels. Gegner erledigt. Zeit, wir auf 9 Uhr. Geh in Deckung! Gruppieren und los! Affe, Alter. Zwei von sieben. Da hinten versammeln wir... Na, scheiße. Da hinten versammeln! Ich muss mich auch erstmal sammeln hier, Alter. Da hinten habe ich doch Schüsse. Ich kriege gleich irgendwelche Nachrichten rein von denen. Das heißt doch. Sie überprüfen halt ihre Sicherheitsteams. Keine Antwort. Sie sichern ihre Position und machen sich anscheinend kampfbereit. Zeig doch, die sind noch schwieriger. Kann man nicht querfett ein einfach rennen? Lass uns mal ein bisschen Gas geben hier. Gucken wir mal, der Sniper wäre vielleicht ein bisschen angebrachter hier gewesen. Aktiviere Tarno. Einer sind noch Bäume, die knarren. Wo sind noch Schüsse? Ich weiß es nicht. So, jetzt geht die Zeit ein bisschen. Seid unten, seid leise. Gebt ihnen keinen Grund wegzulaufen. Kontakt, geradeaus. Das ist dein Schütze. Gegner erledigt. Hier sind noch zwei. Genau vor uns. Vankier 2. Ziel 3. Sag los. Einer mit leichtem NG. Wort auf Signal. Einer mit leichtem NG. Okay. Down. Tarno aktiv. Weite voraus. Wie viele sind's? Zwei Lanzer. Feuer. Zurück. Gleich sehen die dich. Da ist noch einer. Genau vor uns. Wir haben uns gehört. Meldet Ziel Torch. Ausgeschaltet. Drei sind erledigt. Sie kommen. Sie fliegen. Sie dürfen nicht entkommen. Sie sind fest. Schaut nach rechts. An der Scheune. Schüsse. Achtung. Sie kommen. Immer Felsen drauf. Sie sind hin. Such die Seckung. Ausgeschaltet. Achtung. Abweiler. Ich hab keine Ahnung wie viel ich jetzt hier ist. Das ist ein Kombi jetzt wahrscheinlich, wa? Ah guck mal. Wo plötzlich haben wir zwei weitere. Bewege mich. Auf der Ferse. Auf der Ferse. Weiter geht's. Mama. Komm jetzt welche. Oder was ist jetzt los? Na. Was haben wir denn hier fallen? Da scheint gleich ein Digimon. zu dir. Ja. Die Höhe noch teuer frei. So. Das Wasser ist morgen. Ja. Da. Gegner tot. Untermink. Sie steckt jetzt los. Und jetzt. So ne DubStep. Ich hab jetzt noch dazu den. sie wissen sie das interessiert sie nicht sie sind nicht die schweine richtig noch lang versuch's sehr keine mehr ist eigentlich dass er sich unglaublich geil anführt mit einem neuen controller zu zocken ich müsste mal vielleicht damit hochrennen wo sind sie jetzt sehe ich keine mehr kleinen schweinchen ja wenn wir dadurch hier sei es recht plötzlich kann keiner mehr an bumm okay das ist ja nicht in 100 grad am abschlauern wäre schöner weit spaziergang ich warte auf alle teamkameraden morgen das würde man jetzt vergiften hier stand statt ein einziger sind zwei noch dann bringen wir es zu Ende schild deutschkind wir versuchen jetzt abzuhauen sie warten auf niemanden mehr auf uns warten sie noch oder wir sind fast da los wieso kann ich nicht sprinten so kann ich auch nicht meine unterhose wird nass ich sehe raus geht doch jetzt mal das gleiche Leute ich hatte gesehen direkt vor uns vier mit stunden und der kopf da drüben da ist der der schenke 100 pro hier ist wir sind wir sind was macht er jetzt die grafik für fehler da ist noch einer das ist grad irgendwie das spiel ich hab keine ahnung jedenfalls spackt er gerade richtig rum vor allem der kriegner war auch eben noch direkt vor uns wo ist er hin gibt es hier eine geheime battle oder was nein ins gesicht gegner erledigt direkt vor uns ja das visier spackt auf einmal rum und ach keine ahnung was soll ich denn da machen schlechter wenn man durch den fluss oder sowas watscheln ey und plötzlich die laufen gerade erst lang nur plötzlich äh ouchen naja ich erkenne vier gegner schützen direkt vor uns vor allem statt einfach jetzt zu ballern zu können ne nein da ist noch 60 da ist noch 60 was soll denn der Müll jetzt oh es fängt schon wieder an scheiße zu werden ja ist mir auch egal na jetzt ganz ehrlich jetzt ist das Visier wieder am spacken was soll denn was soll denn wir denn jetzt oh du hast das Spiel gar nicht fertig bevor du das Spiel fertig machst musst du noch mal auf alles abfacken oder was ist doch nicht zu fassen jetzt ey jeder Folge gibt es etwas wo ich mich über dieses scheiß Spiel aufregen könnte ja und ich will das fucking nochmal weg machen ja ja fucking fiepen tun mir bloß den Ohren weh ja jetzt wird's noch krasser mit den Fiepen hm Wie kommt der jetzt da hin? Guckst du doch an, Alter! Was für ein Rotz? Willst du da jetzt schon wieder anstellen? Dann guckst du dir an, was soll ich machen mit diesem Wacke-Visier? Sie kommen von der Seite! Wir haben es jetzt in der Hand! Deckung, beweg mich! Drei Uhr! Schöne! Meldet viel Saber, auf dem Scheiß. Fickt euch alle ins dreckige Scheißknie, Alter! Nach drei Uhr! Es ist der Künste! Ja, wenn du auch einfach in Deckung gehen würdest, ne? Ich kann nicht richtig visieren, Leute. Es tut mir fucking nochmal leid. Aber ich kann es nicht auf die Schneide beenden. Direkt voraus! Leichtes Fahrzeug! Achtung, Blick! Er hat ein Sturmgewehr! Sie bewegen sich! Wir sind überlegen! Gehe in Deckung! Ich bin noch in Deckung gegangen! Warum bin ich jetzt tot? Ich bin in Deckung gegangen, Leute! Ich kacken, Alter! Och, ich bin jetzt schon... Haus... Ich katteln provade Mommy!" Aus. Aus. Vielen Dank.